Der erste Eindruck war sehr positiv, man wurde auf den Flughafen abgeholt, man wurde ins Hotel gebracht, man wurde am gleichen Tag noch in die Klinik gefahren und die ersten Voruntersuchungen haben schon angefangen. Also ich finde, das ist ja wirklich das Nonplusultra, es geht fix, also hier wird gearbeitet und nicht, wie soll ich sagen, an einem Zahn fünf Tage lang gearbeitet, wie zum Beispiel an der Ort. Weil hier wird was geboten. Das war ganz schmerzfrei für mich, die Ärzte sind komplett auf mich eingegangen. Mein Operateur, mein Chirurg, wunderbar. Und dadurch war es für mich egal, wo ich hinfliege, da habe ich mich eben für hier entschieden.